jetzt holz haben wir nicht mehr holz haben wir nicht mehr was haben wir noch eichenholz eichenholz ok fangen wir mal mit eichenholz so eichenholz ist doch bescheuert na so jetzt probiere ich nochmal mit eichenholz nehmen wir hier klatter stein eichenholz passiert nichts toll also was ist ja auch nicht das ist doch bescheuert was ist ja was ist ja was ist ja toll Wie kriege ich das Wasser da raus? Einmal. Einmal. Geht doch. Also funktioniert das auch nicht so. Hm. Das ist doch bescheuert. Wenn ich es hier so sitze. Das ist doch bekloppt. Ja und jetzt? Das geht also auch nicht. Es ist egal. Das ist ja bescheuert. Äh. Ja und jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung oder? Ich muss jetzt mal eine Aufnahme machen. Ich weiß nicht, wie ich es bei der bauen soll. Nein. Okay, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.